Femmey! Vincent Femmey! Der dreifache Femmey! Vincent Femmey mit seinem siebten Saisontor! Das Schönste war, dass ich bei einem Junge auf seinen Geburtstag gekommen war. Mein Fan hat mir eine Nachricht geschrieben. Auf jeden Fall bin ich da zusammen mit meinen Freundinnen hingegangen und die ganze Familie eigentlich gesehen. Die wusste schon, als ich dann kam, aber vor dem Junge und den Freundinnen waren so überrascht. Das war einfach richtig top, wenn du das siehst, dass du einen Jungen so glücklich machen kannst. Das ist vielleicht das Beste, was ich mit einem Fan wirklich gemacht habe. Das ist dann vielleicht noch der Mai. Er war hier letztes Jahr bei Halle. Ich glaube, er ist jetzt gewechselt in Amorösen. Das ist auch gar nicht negativ. Wir hatten einfach gute Zweikampfe. Der erste war mein Elbbruch zu hoch. Danach hat er einen Foul gemacht auf mich. Das war einfach ein Spiel hier, wo ich dachte, ich habe dann noch Geld bekommen. Später noch ein bisschen Richtung Rot. Aber das hat mich so genervt. Ja, da muss ich mein Kind auch sagen. Mein Kleines. Das ist alles in der Welt, wenn du ein Kind bekommst. Man kann eigentlich nicht sagen, wie das ist oder wie das anfühlt, wenn du noch keine hast. Und das ist für mich alles mein Kind. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport. Und das ist für mich. Und das ist für mich. Und das ist für mich. Und das ist für mich.